Kraft, Gleichgewicht, Sinn, Ballgefühl und Technik. Neun Kinder mussten am Donnerstag erkennen, dass Kanufahren mehr ist, als sich einfach nur ins Boot zu setzen und loszupaddeln. Felix und Patrick Lavrenz von der Kanupolo-Abteilung des Tours Warfleet führten die Kinder behutsam bei der Ferienpassaktion an den Sport heran. Erst lernten die Kinder Boot und Paddel kennen, dann kam auch noch der Ball dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017